Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon eröffnet. Fillon wird unter anderem vorgeworfen, öffentliche Mittel veruntreut zu haben. Der 63-Jährige soll seine Frau Penelope nur zum Schein als Assistentin angestellt haben. Sie hatte dafür Hunderttausende Euro aus der Staatskasse kassiert. Es fehlen aber Belege, dass seine Frau auch tatsächlich in der Nationalversammlung gearbeitet hat. Außerdem hatte Fillon auch seine Kinder Marie und Charles als parlamentarische Mitarbeiter im Senat beschäftigt. Die Untersuchungsrichter hatten Fillon eigentlich erst für Mittwoch vorgeladen. Die Befragung wurde aber um 24 Stunden vorgezogen, damit sie in Ruhe stattfinden könne. Fillon weist alle Vorwürfe zurück. Er hatte bereits zuvor erklärt, dass er trotz der Ermittlungen Kandidat bleiben wolle. Der einzige Favorit für die Präsidentenwahl, die in zwei Durchgängen Ende April und Anfang Mai stattfindet, liegt wegen der Affäre derzeit in Umfragen nur noch auf Platz 3, hinter der rechten Politikerin Marine Le Pen und dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron. Er hat die Runden und Mutter nachz Frederik. Er wird erraten, er kommt, er hat den Schlag und erraten, Er wird erraten, nicht mehr bei dieser Schlag.